Rücken-Stretch, wenn Sie starke Beschwerden haben, Sie legen sich auf den Bauch, die Beine entspannt, die Sterne auf den Handrücken, dann atmen Sie ein, spannen den Rücken an und heben den Kopf an, so weit wie es ohne Schmerzen geht. Ausatmend legen Sie den Kopf langsam wieder auf die Hände und einatmend wieder anheben. Spüren Sie die Spannung in den Rücken-Streckern und wie die Spannung nachlässt, wenn Sie die Stirn wieder auf die Hände ablegen. Einatmend anheben, ausatmend ablegen und noch einmal einatmen, anheben, ausatmend ablegen. Dann zwei Atemzüge lang nachspüren, die Schultern entspannen, in den Bauch atmen. Das war's.